Es startete alles in einer Nacht, als aus der Dunkelheit ein lauter Knall zu hören war. Als etwas in Bewegung gesetzt wurde, was die Geschichte deiner Zukunft für immer verändern sollte. Und so entstand die Mutter aller Ideen. Eine Schule, die nicht nur Theorie vermittelt, sondern auch praxisorientierte Aufgaben für dich bereithält. Es entstand ein Zentrum für Berufsorientierung und Grundbildung. Eine Schule, in der auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Aber immer das Ziel verfolgt, deine Fähigkeiten zu erkennen und zu verbessern. Willkommen in der Zukunft. Polytechnische Schule St. Johann